Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Soul Sacrifice Demo Gem Also jetzt geht es hier zu Part 2 Ich habe gerade eine Quest akzeptiert vom letzten Teil Und jetzt schlagen wir ein paar Daten zusammen Heya, meine Eismagie Die Sterbende, die kann man dann aufnehmen Also habt ihr schon im deutschen Forum oder sowas gelesen Man kann sie entweder heilen, die gute, oder opfern Oh ja, ich opfere sie Ah, der hier kann ich opfern Ich opfere sie, hahaha Oh ja Ich opfere sie viel Liebe, weil die Opferungen bringen mehr Und, was ist das wieder? Ja, die Opferungen bringen für mich, meiner Meinung nach, mehr deswegen Und werde sie nicht heilen, weil ich keinen Bock habe Autsch Ah da, ah das wäre Ausweichen Hier So, ist der tot? Ja Und wieder Opfern Ja, ich opfere gern Ähm Was habe ich sonst noch für Magie, oder? Habe ich nur das da hier? Ah ja, diese Magie, den mag ich auch Nehmt das mein Gung-Gung-Riesenhammer Bam Ja, ich nenne das den Riesenhammer Das sieht einfach so krass aus Hahaha Hier So Wo ist ein Seele? Ich opfere es und opfere es Ja, geopfert Ah da ist noch einer Ah da vorne Er frisst das Das und das So So Der Opfer Und opfern So Ja Was noch mehr Mal suchen Ähm Ja, man kann Ähm Wann das ein Ah Nein Ich hab den Quest abgeschlossen In dem Fall gegen Ah das waren Ratten Das sind stehende Ratten Und nicht stehende Esel Ja Ja Aha 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 Also wenn das Monster Hunter wäre Wäre das so etwa die Belohnung denke ich Und wow Ich wusste gar nicht dass sowas sogar möglich ist Hehe So Und erhalten eine neue Magie wie man sieht Diese Holz Magie Ja Holz Magie Hehe Ja Und irgendwas freigeschaltet Ah Speichern Ach Wieder so eine lange Gerede Und so So Ah Ich bin Ja jetzt Jetzt kann ich umenden Denn das wollte ich eigentlich schon vorher Aber das kann ich zuerst mal Wechse ich auf eine Frau Ja ich steh Ich mache liebe Weibliche Charakter Bei Monster Hunter war es auch so Ich hab nur weibliche gemacht Und oh Ja man kann auch noch aussehen Hm Was für aussehen verpasse ich hier Eines süßes Ja die mag ich Oh Woah 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 Was sind das für Hautfarben Hahaha Ähm Ja ich verpasse dem dort Ja diese helle da Und was wäre noch das Hahaha Ja ich muss einfach lachen Ja man kann auch Glatze geben Hm Hm Wenn es kein anderes an nehme ich den Fortchen Nicht krass Nein Ja ich nehme dem dort Ja das Aha Hartfarbe kann man auch anpassen Ja So Ah Kleider Wow Wow Ich bleibe diese knappe Kleidung Yeah So bei Monster Hunter Bei den Weiblichen habe ich auch nur so Kirin Rüstung gemacht Weil die so knapp sind Oh yeah Äh Äh Ja schwarz Oh man kann auch ohne Schall Ja ohne Schall Und das ist Warte Was ist das Stimme Achso ja das ist noch die Stimme Ja Weiblich genug Ja Bestimmt Ah man muss noch einen Namen geben Wie denn Äh Ja Ich gebe irgendwas Ja ich gebe Was Ah man muss japanische Hm Warte mal Dann Sakura Ja das heißt Sakura Haha Ja Gut Und jetzt habe ich den Namen auch gegeben Und was Nein ich bin noch nicht fertig eigentlich Ach Ja man kann ab und zu weint das Buch irgendwie Und man muss dann Tränen putzen Und nachher hält man so ein Items Ein Tränen oder So ähnlich Ja blablabla So Ja ich war noch nicht fertig Warte Ah das kann man nicht Ah das kann ich auch noch nicht Ja hier ja jetzt wollte ich hier noch Magie wie ich hier sieht Drei Magie man kann bis sechs Magie haben Und ja Äh Der Hand Ach der Magie mag ich nicht wenn man das einsetzt kostet das ein das Leben Ich nehme das da hier Und den Holz Magie so das war es auch schon Ähm Gleiche Magie bringt nichts vieles Ähm Ähm Ach Kapitel 2 Ach ja eine Katze mit einer übergroßen Fresse wie ihr seht ja übergroß Ähm Und los geht's Ach nein So unten Bestätigen los geht's Noch ein Tipp den ich nicht verstehe Und noch eins Jetzt Jetzt geht's los Noch eine Wald Ah da ist ja die fette Karte dort Mit einer übergroßen Fresse Ah hier Und ja So Fangen wir zuerst mit dem Kung-Kum Ja ich nenne das Kung-Kum riesen Ding Das ist ja riesen Hammer Bäm 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 So Ah der ist noch nicht tot Wo Dann halte ich mal Zu Chat Oh Ah man Das ist eine Chat Was Nei Chat Ja getroffen Ey Ja sollte der nicht sterben man Sterbe endlich Sterb 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 So Jetzt los Lass mich dein Seele opfeln So Ach ja das ist der Pflanze ich so wechseln so So Hier frisst das Jetzt Ah Der hat mich getroffen Nach der Friede ich halt sie zuerst wieder ein So Jetzt Wächst ich Wenn es eingefangen ist So Jetzt Eine volle D Rau Yeah Voll getroffen Der muss sicher schon sterben So Zoffers Bäm Level 3 ist jetzt der böse Magie Na da sind noch mehr Frisst das Eis Ja außer euch mal Friede sie zuerst ein Und danach Verpasse ich denn Der Riesen Pistole Ja Bäm Yeah Au Komm Friede ein Au So tot Dann werde ich es mal retten diesmal So gerettet Obwohl ich keinen bock habe So So Dann werde ich auch retten So Wo ist der Ah da Frisst das Eis Frisst das Eis nochmal Und nochmal So tot Da wird das Seele Und da wird noch das Seele Ja So Oh ja Das ist ein kleiner Raptor geworden Gibt es noch was Oder ist es fertig Fertig Ja Der fette Kater auch fertig gemacht Und Und die Belohnung Auch wenn ich nichts verstehe Ah Drei neue Magie habe ich verstanden Was ist denn das Deckel Ja das sieht für mich aus wie eine Hut oder eine Deckel oder irgendetwas Ja Egal Fertig Was war jetzt freigeschaltet Ah Speichern Ja So Ähm Nein Ich glaube ich mache das erst Nächstes Mal Weil das kostet schon eine Zeit Aber ich will mal die neue Magie noch ausrüsten Ah kann ich noch nicht Kann ich auch nicht Ja dann Mache ich denn diesen Deckel Magie So So Ähm Ja das Du 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 Ähm Wo ist Speicher Ah Was ist denn das hier noch Hä Äh Ich verstehe kein Wort Ja Ich verstehe kein Wort Das hier genauso wenig Oh Wieder eine Tränen Dings Mit dem man Mit dem ich nichts anfangen kann Ah Da kann ich nichts Oh Gott Also das war es erstmal für den Soul Sacrifice Demo Nächsten Wochen geht es weiter Und so Ja ich habe Nämlich vor jeder Wochenende Zwei japanische Demo zu zeigen Also später kommt noch eins und Ja während der Woche mache ich Persona 4 Golden Und ja also dann bis später Ciao